Gute Bildung ist entscheidend für Modernität und Fortschritt. Ein starker Mittelstand ist entscheidend für einen florierenden Arbeitsmarkt. Schuldenabbau ist gerecht und entscheidend für die Chancen der Jugend. Mindestens 1000 Meter Abstand sind entscheidend für eine gelungene Energiewende. Die Privatsphäre ist entscheidend für die Freiheit jedes Einzelnen. Fähresteuern sind entscheidend für den Wohlstand unseres Landes. Darum nicht vergessen, bei der Landtagswahl am 22. September entscheidend für Hessen Ihre Zweitstimme für die FDP.